Normalerweise komme ich auf einen Server, finde meine Story und mache dementsprechend meinen RP. Doch heute lief das Ganze anders. Ich habe irgendwas erfunden, habe mir etwas aus dem Arsch gezogen, was dann passiert ist und wieso ich abgeschoben wurde. FAT jetzt. Ich kam hier rein, konnte nicht reden, war Server gemüde, dachte mir, ich werde hier gerade verarscht, ich werde hier gerade getrollt, dachte ich. Nee, ach Quatsch nicht. Ja, du möchtest ein Bytelist machen. Ich bin jetzt auf dem Discord seit ein paar Wochen, habe mir das so ein bisschen angeschaut. Jetzt würde ich mir tatsächlich mal den Schritt wagen. Die Fahrzeuge haben Kilometerzähler, die Fahrzeuge haben Reifen, Federung, Getriebe, Motor, Zündkerzen. Sehr stark ausgestattet, also die haben auch ganz, ganz viel coole Spielzeug. Das ist krass, also wirklich, das ist wirklich krass, das ist echt viel. Ja, ja, noch viel mehr. Clemens Krisch. Einen wunderschönen guten Tag. Kurz, um sie aufzuklären, das ist mein Zwillingsbruder, nee, der Jeff. Kommt zu erkennen. Das ist wieder so ein EP sein Vater Server, glaube ich, ne? Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, ja? Ja, sehr gerne. Bin froh, dass es noch geklappt hat alles hier, ne, Jeff, ne? Wir beide verstehen uns. Das sagt die Polizei, Bart, mit hinter meinem Apparat, bitte schildern Sie Ihren Notruf. Ja, Sie müssten mich mal hier abholen, hier ist ein Vollidiot, der mich dumm anmacht. Ein Vollidiot, also Abholung gibt es einen Tag, das fährt sogar. Abholung im Sinne von, Sie müssen ihn mal abholen, der Vollidiot ist besoffen. Bleiben Sie vor Ort, wir schicken Kollegen. Ich mache mir jetzt erstmal eine Fluppe, ne? Oder einen Sargnagel, wie man so schön sagt. Sargnagel habe ich tatsächlich vor kurzem gehört, ne? Mach ich mir jetzt erstmal an. Los, Antipolicedepartment, hinter meinem Apparat. Was schreien Sie denn so? Schicken Sie mir mal lieber ein Fahrzeug. Wo bleiben Ihre Kollegen denn? Ja, ist doch auf dem Weg. Was willst du von meinen Eiern? Ja, was ist denn Ihr Problem? Am Ende werde ich hier noch zusammengeschlagen. Ja, ist doch schon auf dem Weg. Ja, verdammte Scheiße. Beilen Sie sich mal lieber. Sag mal, was ist denn los? Der ist abgehauen. Schnell hinterher. Ja, fahren Sie, fahren Sie los. Schnell. Fahren Sie los, wir müssen hinterher. Wir fahren nicht los. Steigen Sie bitte aus dem Streifenwagen aus. Der Mann ist zum Rüffelpark gefahren. Was machen Sie denn hier? Ja, jetzt mal ganz langsam erstmal. Kommen Sie runter. Beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Ja, ich warte hier seit 20 Minuten. Warte hier, kommen Sie die ganze Zeit nicht? Ich muss zehnmal anrufen, dass hier jemand vorbeikommt. Das kann doch nicht wahr sein. Dann machen Sie einen anderen Job, wenn Sie keinen Bock haben. Ganz einfach. Versuchen Sie sich jetzt mal ein bisschen zu beruhigen. Was ist passiert? Ja, hier war gerade ein Volldepp. Der hat mich angegriffen, ja. Was hat er gemacht? Der wollte mich umlegen. Der hat mich bedroht. Der wollte mein Geld haben. Habe ich ihm gegeben. Und was hat er zu ihm gesagt? Der hat zu mir gesagt, dass er mir den P***er ablutschen will. Der war ganz komisch drauf. Hätten Sie sich einfach mal beeilt, ne? Dann wäre der Ball auch nicht abgehauen. Sollen wir die Mediziner rufen, dass sie mit denen mal sprechen können? Oder können wir sie jetzt hier guten Gewissens alleine lassen? Ne, alleine nicht. Sie nehmen mich jetzt mit an den Würfelpack. Ich werde bestimmt hier nicht jetzt bis zum Würfelpack laufen. Wenn überhaupt, entscheide ich, ob ich Sie mitnehme oder nicht. Und das entscheiden nicht Sie. Warten Sie, warten Sie mal. Wollen Sie mich jetzt eigentlich verarschen? Erstmal kommen Sie zu spät. Ich werde hier fast niedergestochen, ja? Dann wird mein Roller noch geklaut. Ich soll doch hier zu Fuß laufen. Dann machen Sie mich jetzt noch blöd an. Von der Seite ist das heute versteckte Kamera hier eigentlich. Wir sind auf dem schnellsten Weg hergekommen. Haben Sie sich wahrscheinlich untereinander noch die Poperze, die Zunge reingesteckt, ne? Untereinander. Wissen Sie was? Ich scheiße auf Ihre Arbeit. Ihr seid sowieso nicht kompetent. Fahrt mich zum Würfelpack und gut ist es. Sind wir die Wohlfahrt oder was? Erst motzen Sie uns an, weil wir zu spät kommen. Wir kommen nicht zu spät. Wir sind nicht im Wohlfahrt. Wir können jetzt auch gleich mal hier auftauchen. Ihr Kollege, werdet nicht lauter, sonst gibt es gleich einen auf den Deckel, mein Freund, ja? Hast du mich verstanden? Mach deinen Job vernünftig und mach die Bürger hier nicht an, ne? Der Einzige, der hier respektlos redet, sind leider Sie. Ich habe dreimal angerufen, habe gesagt, kommt, kommt, ihr seid nicht gekommen. Ihr seid für mich keine vernünftigen Polizisten, ganz einfach. Wir fahren auf die Dichtung. Wir fahren nicht mit 400 durch die Stadt. Wir müssen auch auf die Bürger kommen. Scheiße auf Ihre Bürger und was auch immer. Wenn es ein Notfall ist, dann haben sie sich zu beeilen, ganz einfach. Alles klar, wenn nochmal irgendwas sein sollte, rufen Sie an. Warum? Bringt doch nichts. Ihr kommt doch sowieso nicht. Bringt doch nichts. Wenn Sie merken, dass Sie das Thema doch beschäftigt, Sie nachts vielleicht nicht mehr so gut schlafen können, melden Sie sich gerne in PD. Wissen Sie, wie ich gut schlafen könnte abends? Wie denn? Wenn Sie sich zu mir legen. Ich glaube, damit hätte mein Mann ein Problem. Ja, aber ich nicht. Lustig. Komme ich jetzt noch mal mit Ihnen, ja? Nee, kommen Sie nicht. Warum? Sie sind nicht wohl, weil Sie kommen nicht mit. Wieso denn? Oh, das wollte ich gar nicht. Gut, dann fahre ich halt alleine. Ja, irgendwie muss ich hier ja wegkommen, ne? Sofort aussteigen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Sofort aussteigen. Äh, warum? Weil das nicht die Streifen machen, ich steig aus. Schreien Sie mich doch nicht so blöd an, Mann, was ist los mit denen? Aussteigen! Halten Sie Ihre Fresse. Mal gucken, wer wen bekommt, Digga. Guck mal, Leute, das Ding ist, ich habe so lange Serious GTA-RP gespielt, ne? Und in Sachen Verfolgungsjacken bin ich der krasseste. Bin ich der krasseste? Bin ich der krasseste? Bäh! Okay, das war nicht geplant. So. Das war's. Ja, guten Tag, Sie Volldepp. Ich wollte nur sagen, dass ich Ihren Polizeiwagen geklaut habe, ne? Ja, würde den zurückgeben. Ja, und was werde ich nicht tun? Warum gehen Ihre Mitarbeiter Ihrer Arbeit nicht nach? Ich wäre fast ums Leben gekommen. Das, was ich mache, ist eine Straftat. Geben Sie ihr das Fahrzeug zurück. Ah, eine Straftat. Und Bürger aus Acht zu lassen, zu warten, bis die Bürger angegriffen werden, umgebracht werden. Es ist keine Straftat, oder was? Nein. Wir sind das angefahren. Lassen Sie mal ruhig hier. Da können die Officer sich schön die Palme wedeln, während ich angegriffen werde. Aber wenn ich dann was mache, ist es eine Straftat. Wissen Sie was? Also geben Sie das Fahrzeug zurück, oder nicht? Sie sind schon auf Warnung. Lecken Sie mich am Arsch, Sie Volldepp. Haben Sie das verstanden? Gut. Ich bin auf Warnung, also. Ich werde also von der Polizei gesucht. Okay. Guten Tag, Kollege. Ich habe gerade meine Dienstkleidung. Ich bin gerade hier wach geworden. Meine Dienstkleidung ist irgendwie verschwunden. Kannst du gerade mein Auto reparieren? Ich sehe aus wie ein Mechaniker. Was bist du denn? Ich bin Medic. Medic, was machst du, Jo? Ich habe hier gerade in den Katalog reingeschaut. Was ist denn hier sonst so los in der Stadt? Warum trifft man hier keinen? Ähm, wie heißen sie dann? Was spielt das für eine Rolle? Ja, würde ich vielleicht mal Dispatch schämen. Warum sind die Cops hier? What the fuck? Warum sind die Bullen hier, Leute? Ja, der hat seinen Kollegen gefesselt. Bitte. Scheiße. Auf einmal sind sie alle da. Auf einmal sind die Bullen alle da. Ich werde es nicht so einfach aufgeben. Jetzt bleiben sie doch stehen. Das hat doch keinen Sinn. Geht mal auf, was kann ich schaden. Einer, 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 Einer. Psych! What the fuck passiert hier? Jetzt bleibt mal ruhig, Kollege. Täter ist gestellt, wurde ausgenockt. Bitte einmal MD rufen. Takt, 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 Takt. Ahaha. Dich. Hier. Er redet mit Uwe. 40 Worte. Ja, nee, er atmet sich an, Uwe. Was machen Sie? Ich kann mich doch sowieso nicht bewegen, Mann. Jetzt können Sie doch mal ganz entspannen. Wie? Nö, möchte ich nicht. Ich habe auch meine Würde und meine Rechte. Nehmen Sie mir die scheiße ab, ihr. So, machen wir den Schlüssel. Ah, der Mediziner, der nicht seinem nahen Job nachgeht. Genauso wie die Dame hier, die Polizistin hier, ne? Wir können das jetzt entweder vernünftig klären oder wir können das unvernünftig klären. Wie wollen Sie das jetzt? Unvernünftig heißt, Sie verweigern die Behandlung. Wollen Sie mir eine Kopnuss geben oder was, ha? Wollen Sie jetzt behandelt werden oder nicht? Was ist, wenn ich mich nicht behandeln lassen möchte? Wie geht's? Ja, das ist Ihr Problem dann. Das ist nicht mehr meins. Dann gehen Sie mit den Kollegen und dann ist mir das scheißegal. Ja, dann gehe ich mit den Kollegen. Dann gehen Sie und sehen Sie, dass Sie Land gewinnen. So, dafür 48 Hausverbot. Ich scheiß auf Ihr MD, Sie behandeln sowieso niemanden, ja? Sie machen Ihren Job nicht, ja? Ich scheiß auf Ihr MD, haben Sie das verstanden, Sie Vollpfosten? Das ist hier die Nummer von dem Herrn, die möchte ich einmal gern haben. Ist nicht mal im Medizinbereich anwesend, wenn ich ihn suche, ja? Um den ganzen Tag. Weiß nicht, was der hier macht, ne? Vollidiot. Ja, ich möchte auch noch gerne eine Anzeige machen. So. Was ist denn? Ja, jetzt machen Sie mal ganz entspannt. Jetzt pass mal auf, Kollege. Du bist aggressiv, du flüchtest andauernd. Ja, dann bleib so. Schrei mich doch nicht an, es geht nicht. Nein, nicht. Du schreist doch mich an, was willst du denn von mir? Bleib stehen, dann bist du die nächsten Tesa. Ich setze mich hier auf den Stein, Mann, entspann dich. Du bist ein Held. Ja, was ist denn? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Reicht nicht eine Person, was wollt ihr alle denn jetzt von mir? Was war das jetzt für eine Aktion? Erzähl mal. Was ist denn für eine Aktion? Sie gehen Ihrem Polizeijub nicht nach, ja? Ich hab gesagt, ich wurde an der Tiki-Lala-Bar überfallen, mir wurde Geld geklaut. Was machen Sie? Erst mal den Pummel in die Hand nehmen, halbe Stunde lang, ja? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Bin ich kein Bürger dieser Stadt, dieses Landes? Doch. Und was machen Sie dann hier den ganzen Tag? Aber wenn Sie anrufen, hat der Einsatz nicht höchste Priorität, nur weil Sie es sind. Auf jeden Fall ist heute nix los hier. Dann kann ich doch mal wenigstens erwarten, dass die Polizei zu mir kommt und mir hilft. Ja, und jetzt? Ja, was und jetzt? Das ist für eine Scheiße von euch. Ihr macht eure Arbeit nicht. Kleiner Gockel. Wie redest du mit mir? Ja, bist du gerade in Hand? Ne, bis... Soll ich dir in die Fresse hauen? Hä? Ja, komm, probier's mal. Oh, bist du immer aufs Recht, du Vollidiot. Oh, was haben Sie gemacht, Sie Vollfosten? Das ist... Oh, das ist... Wirklich? Wer hat das gesehen? Wer hat das gesehen? Was wäre es denn, wenn ich jetzt hier nochmal so... Sie sind alle korrupt, Sie Schweine. Alles korrupte Schweine. Lassen Sie mich jetzt los, Mann. Ja, steig mal. Korrupte Scheißbullen. Schnall ich dich noch einmal an. Ja, sehr schön. Holen Sie mich erst mal aus dem Auto raus, ne? Sie Vollidiot. Die sind so dumm, ne? Die kennen gefühlt gar nichts. Ah, Vollgeige. Ah. Müssen Sie erst auch mal treffen, ne, junge Dame? Ja, erst mal treffen, ne? Treffen wir erst mal, Sie Vollgeige, ne? Wie wär's damit? Damit, du Vollidiot. Wie lustig, er Vollidiot sagt. Vollidiot. Du hast auch nichts Besseres zu tun hier, ne? Ja, doch. Ich wär's eigentlich bei deiner Mama. Bei meiner Mama wärst du. Das sagst du zu mir als Polizist? Ja, natürlich. Bum, mach Blaulicht auf. Wir fahren schön langsam mit ihm, Herr, Zeit. Ja, Zeit hab ich. Geld hab ich auch. Du ja anscheinend nicht, sonst wärst du kein Bulle. Das macht nichts. Du Vollversager. Wo ist bestimmt verkloppt in deiner Kindheit? Deswegen bist du Polizist geworden, damit du wenigstens mal ein Prozent was zu sagen hast, ne? Kannst du auch bitte dein Maul halten? Bitte. Wo haben sie dich denn ausgegraben? Der hat so dicht an der Wand geschaukelt. Du, den haben's direkt aus dem Friedhof wieder rausgeholt. Und wer hat jetzt hier die Null gewählt? Wir drücken hier die ganze Zeit die Klospülung. Jetzt mal aufpassen, ne? Oh, jetzt hast du's mir aber gegeben, Kollege. Ja, mehr als dein Vater deiner Mutter jemals gegeben hat. Boah, du bist ja ein richtiger Mann, dass du auf meine Eltern gehst, ne? Herr Thompson, wir kommen jetzt aufs Revier mit einem ganz schwierigen Fall, wenn sie schon mal rüberkommen würden. Hör mal zu, du Arschgeige da vorne. Wenn du ein Mann bist, nimmst du mir die Fesseln ab und wir kloppen uns. Hast du das bestanden? Du, welche Armee? Ich brauch keinen Armee, ich brauch zwei Finger für dich. Ich nehm dir die Handfesseln ab, ne? Dann mach ich sie mir selber dran. Dann ist die Opferlage immer noch nicht eindeutig, glaub ich. Jetzt hast du's mir aber gegeben. Ja. Weißt du, was ich mich bei dir frag? Ich frag mich, ob du dir die Haare bis zum Knie rasierst oder nur bis zu den Knien. Bringst nix mehr aus dem Ranker, gell? W-w-w-wit? Hast du dich grad auf ne Pringles-Dose gesetzt, oder wett? Ne, auf deine Mottas Kopf voll, Faust. Ey, diese Bullen sind lachkig. Ja, jetzt hast du gar nichts. Jetzt bleib stehen! Du Dreck-Sau. Verstehst du das nicht? Ich wollte mich hier hinsetzen, Mann. Bleib doch mal locker. Du hast dich nicht hinzusetzen. Bleib doch mal locker, entspann dich doch mal, du F***er. Beamtenbeleidigung. Warum nimmst du mir mein Geld ab? Bist du blöd? Ich hab mich jetzt an dir bereichert, du kleine Dreck-Sau. Jetzt kannst du dich hinsetzen. Er hat mich einfach beglaubt, der Kopf. Komm, jetzt heiz Maul. Ja, jeder hat's gesehen, wie du dich an mir bereichert hast, ne? Natürlich. Ja, hat's jeder gesehen und keiner macht was. Ihr seid alle korrupt. Natürlich sind die korrupt. Ich wurde hier dazu gerufen, um mir das Ganze mal anzuschauen. Sie haben genug gesehen, glaube ich. Sie haben, glaube ich, gesehen, was der Mann auch zugegeben hat, ne? In meiner Anwesenheit. Dass er sich an mir bereichert hat. Umgekehrt hat er sich denn bereichert? Indem er mein Geld in seine Tasche gelegt hat und für sich beansprucht hat. Und das kann wer beweisen? Die haben's doch grad zugegeben, sie voll Depp. Der Anwalt stand doch recht daneben. Ja, im Alter ist das nicht mehr so mit dem Gedächtnis. Ich weiß schon. Du bist die größte Drecksau, die hier rumläuft. Du bist so ekelhaft. Also wie er die schnellste Sperm hier war, frage ich mich wirklich. So, wie kommen wir denn jetzt hier voran? Das bringt uns alle ja nicht weiter. Indem du das Maul hältst und dann vielleicht mal den Herren im Anzug zuhörst. Ja, dann musst du auch mal das Maul halten, ne? Warum sehe ich alles so verschwommen? Weil du behindert bist. Also davon distanziere ich mich. Über Behinderung macht man sich nicht lustig und man lacht auch nicht drüber. Äh, natürlich lacht man da drüber. Lacht man da drüber? Ja komm, jetzt halt's Maul und hör zu, Junge. Ach du Scheiße, du bist ja ein widerwärtiger Mensch. Was ist denn voran? Mein Puls schlägt sehr schnell. Kann sein, dass ich hier gleich umkippe. Äh, das Problem ist, Herr Thompson, der Arzt wird diesen Herrn nicht mehr behandeln. Der hat auch Hausverbot und MD bekommen. Ja, schön. Ein Arzt, der seiner Pflicht nachgehen soll, geht nicht seiner Pflicht nach, ne? Super. Ein Arzt rettet Leben, ihr Vollgeigen. Da ist das egal, wie sich der Mandant, Patient, was auch immer aufführt, ja? Du bist doch abgehauen bei der Behandlung. Jetzt beruhigen wir uns mal an. Ich gebe dir eine Kugel, ehrlich. Kugel, kannst du deinen Eisverkäufer geben, du Vollfost? Beruhigen wir uns mal noch runter. Also, Ihnen geht's gesundheitlich gerade nicht gut? Habe ich das richtig? Richtig, ich werde jeden Moment umkippen. Wie er es abfeiert, Digga? Also, die Männer haben mich mehrfach getasert, ja? Auf jeden Fall schon. Ich bin für mich geschlagen. Einige von mir habe ich glaube, ich glaube, es ist so wichtig. Ich habe mich schon wieder geschlagen. 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 Wie hätten Sie das denn gerne gehabt, wie der Einsatz abgelaufen hätte müssen, nach Ihrer Meinung, bis es der perfekte Einsatz gewesen wäre? Ja, perfekt. Wäre es einfach gewesen, wenn Sie voll sparten, einfach mal pünktlich zum Einsatzort gekommen wären. Ja, dann geh weiter heulen. Wir müssen irgendwie zu, irgendwie, ja, Herr Frisch, Sie müssen, also, müssen wir jetzt rum, wenn es geht, ohne Beleidigung, beißen Sie jetzt einfach 10 Minuten oder 20 in den sauchen Apfel und ansonsten müssen wir halt weitere Maßnahmen machen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Officer-Kollegen einfach mal zum Einsatzort gekommen wären, ihren Job gemacht hätten und wieder abgerückt wären. Fertig. Aber nicht mal für sowas sind die ja gut. Nicht mal sowas kriegen die ja hin. Ja, Herr Frischer. Und jetzt, was macht man jetzt? Eine Stunde bin ich jetzt hier bestimmt schon ungefähr. Wollen Sie mich noch eine Stunde hier drin lassen? Wir können Sie bis 120 Minuten hier festhalten, ja? Weil, wenn Sie weiterhin so ein aggressives Verhalten an den Tag legen, dann gehen Sie Alcatraz. Ich bin doch schon im Knast. Ja, das ist ein anderer Knast. Ich bin doch kein Schwerverbrecher. Was habe ich mit Alcatraz zu tun? Ich rufe den Kollegen einmal an, der kommt dann her und der kann das mal mit Alcatraz ein bisschen erklären, ja? Aktuell, Herr Frisch, haben wir das Problem. Es gibt im Gesetz Präventivhaft. Sie sind sehr aggressiv und mehrere Behörden und Stellen schätzen Sie so aggressiv ein, dass es eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir das anders klären könnten. Wir könnten das klären, indem Sie auffassen, dass er sich bei mir entschuldigt, meine Sachen gibt und das Thema dann für mich gegessen ist, ne? Er soll sich bei mir entschuldigen für sein Verhalten, dafür, dass er mich gepfeffert hat, dafür, dass er mich geschlagen hat. Er soll sich bei mir entschuldigen, dann ist das Thema für mich zu. Geschlagen hat er Sie auch. Natürlich, das habe ich Ihnen doch gesagt. Er hat mich auch mehrmals gepfeffert. Schauen Sie mal, die machen alle auf unschuldig, ja? Dabei sind die alle korrupt. Die decken sich untereinander an, ja? Ich kann mit Ihnen ganz normal reden, Sie sehen das auch. Ich kann auch ganz normal reden. Aber was soll ich da mit so korrupten Arschlöchern mich da vernünftig noch unterhalten? Sagen Sie mal, das bringt doch eh nichts. Hätten Sie mal gesehen, was für einen Aufstand die oben ins Handyschoss gemacht haben, als acht Leute waren und ich war alleine. Der eine schlägt mich, der andere pfeffert mich, der andere fesselt mich, der andere macht, das war... Hat dann seinen Gang. Ich habe ja auch einiges hier mitbekommen, also kann auch, ne? Habe auch einen Eindruck gewonnen. Also das findet ja seinen Gang. Ich bin ja kein Mörder, ich bin ja kein Schwerverbrecher. Man braucht mich doch nicht nach Alcatraz verbrachten. Ja, also genau, also prinzipiell, wie gesagt, obliegt es ja nicht im PD selber. Oder was weiß ich wem. Dafür gibt es ja Diensthaussicht und die ist ja im DOJ angesiedelt. Also die steht ja über anderen Behörden einfach um da. Herr Frisch. Haben Sie es jetzt mal. Ich habe das nicht zu entscheiden, Herr Frisch. Bleiben Sie bitte drin. Ich habe das nicht zu entscheiden, das macht der Herr Thompson. Und der hat Ihnen jetzt was zu sagen. Ich gebe Ihnen Ihre Sachen jetzt wieder, die ich Ihnen abgenommen habe zur Sicherstellung. Warum sind Sie jetzt so freundlich plötzlich? Ich bin die ganze Zeit schon freundlich. Ja, mehr als dein Vater deiner Mutter jemals gegeben hat. Ne, auf deine Mutters Kopf. Und du behindert bist. Ne, sind Sie nicht? Ja, doch, bin ich. Was war das mit meiner Mutter die ganze Zeit? Ach, der Herr Thompson hat Ihnen was zu sagen. Können Sie bitte zu. Nach allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz, Paragraf 28 Präventivhaft, wurde nicht hiermit Präventivhaft an, als sie ihr Verhalten nicht angepasst haben, 120 Haftanhalte in Alcatraz anbekommen. Danach sind Sie, oder dürfen Sie sich dann wieder frei bewegen. Ich werde jetzt nach Alcatraz verschifft oder was? Ja. Ach du Jemine, gut. Wissen Sie was, machen Sie das, alles gut, machen Sie das. Nehme ich hin die Strafe, wie ein Mann nehme ich die Strafe. Ja, ich werde jetzt nach Alcatraz verschifft, richtig? Genau. Scheiß auf Sie Motherfucker, Sie dreckiger Dreckskopf. Los, kommen Sie, schlagen Sie zu, los, schlagen Sie zu. Oh, Drecksbulle. Hören Sie mal zu, Officer, wir beide, wir werden uns noch sehen. Bist du mir jetzt nochmal eins auf die Schnauze hauen oder kann ich deine Handschellen abnehmen? Du kannst meine Handschellen abnehmen, aber ich werde dir versprechen, dass wir beide uns wiedersehen werden. Okay, das ist gar kein Problem. Ich wünsche dir viel Glück mit deiner Mama. Kaum bei der Anwesenheit der Herren, redest du auf einmal vernünftig mit mir, konntest du vorher nicht. 1440 Minuten, Liga. Willkommen auf Alcatraz, what the fuck, das habe ich ja auch noch nie gesehen. Wurde also jetzt nach Alcatraz verschifft, hä? Gut, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Fürs Erste hast du gewonnen, du dreckiger Bulle. Aber wir beide werden uns wiedersehen, damit das klar ist. Bleibt gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020